Der Mann von der Onni von der Post ist ja schon Rentnerin, also der Hund geht der Onni von der Post, wo jetzt nicht mehr bei der Post ist. Will ihr die Geschichte hören von dem Hund, von der Onni von der Post, wo nicht mehr bei der Post ist? Also, der Mann von der Onni von der Post, wo nicht mehr bei der Post ist, der Schlossermeister Lundwischköbler, da vorne auf der Grätschdruck. Und der hat immer so durch, freitags, mittags, musste leer und immer gehen zum Udo, musste ein Steinbier holen, aber der Erbmann hat sich mal auf die Finger gekloppt zum Doktor, war nicht da. Da hat er gesagt, Onni, du gehst lieber und holst mir ein Steinbier. Da war ich zum Onni, wenn wir es entfahren wollen, Schulweihnachtsgeschenk, die Käfer hat sich hingelassen können. Ist dann immer gesagt, Udo, ich hätte gerne ein Steinbier. Da hat er gefragt, hast du einen Stein mit dabei? Nein, hat sie gesagt, nein, Furcht, mach mir das gerade in den Hut. Jetzt ist aber nicht alles reingegangen. Neuer Tags hat sie gesagt, wenn ich was Udo, mach ich mir da rechts gerade da oben rein. Nun ist dann lieber, zum Schluss aber ist der Lundwischköbler da, hat er gebrochen, Amni, ist das alles? Nein, hat sie gesagt, er ist schon ohne Ding. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, in Niedurch, San Francisco, in Verschissenen-Gschieds. Weiß und Schwarz ist die Katz, hier bei uns im schönen Obercampingplatz, Martin, bitte! Bleibchen. Wir haben alle Essen mit auf den Zehnbänden schön. 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 Wir werden so gewundert, wenn wir die Zehnbänden schön. So weit ist es am Zehnbänden schön. Musik Oh 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 Ich kommt mir einen Nussbrammer von einem Leger Mist und sie geht uns entgegen mit 110 B.S. Oh 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 Ich sing nur Sachen und Lieder, dass jeder nur so schaut Und spiel' dazu Gitarre, denn wir leiden den Sound. Und mit den anderen Kumpels, vor allem für den Erstverein, da mach ich keine Wälder, wo wir jassen und weinen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat das Spaß allein. Mit 66 Jahren, da kommt mein erster Schuss. Mit 679 Jahren, da warst du uns, wir sind ein Wälder, wo wir jassen und weinen. Mit 80 Jahren, da ist 20 Jahre her. 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 Ich war noch niemals, ich war ein halber Rückseit und aus allen Zwingen blieb. Ich war noch niemals, 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 ich war noch niemals. Einer dagegen, du mal! Alles einfach, ich will die Schönau! Ja! Nur der Ägne! Ja! Und der Buh! Ja! Melanie Holm, Satryga Müller, Soltia Vogt, Setri Borda, Kerstin Fiskus, Sandra Schmidt, Ramona Wendel, Melanie Bonowitz, Kerstin Wiel, Kultrum Boss und Enrico Petza. Danke schön! 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 Danke schön!